Fantastisch! Royal Revolt Spieler Royal Revolt Ist doch ein bisschen so Zungenbrecher Falls ihr das Spiel schon aktiv zockt oder ein bisschen Erfahrung habt Könnt ihr euch mal bereithalten Es wird dazu noch einen offiziellen Start quasi geben zu der Aktion Das hier ist nur so eine kleine Ankündigung Für alle anderen zeige ich einmal kurz worum es geht Es ist quasi so eine Art Tower Defense Spiel Wo man eine Burg angreifen muss Und dafür hat man quasi eine Figur zur Verfügung Die man selber steuert Das werden wir jetzt gleich sehen Diesen hier, diesen Kollegen, den kann ich hier steuern Und dann gibt es dazu, kann man rufen, noch einzelne Unterstützungstruppen Da drückt man die unten links drauf und dann kommen die hier mit Und dann kommen auch schon die Gegner Man hat hier verschiedene Spezialfähigkeiten Das werden wir alles erklären Wenn es soweit ist, das Viech drischt dann auf die Kollegen ein Man muss quasi nur laufen mit dem Und es geht also darum, dass wir versuchen Oder dass wir eine Allianz gründen werden Und dafür aktive Mitglieder oder aktive Spieler aus der Community brauchen werden Das heißt, wir brauchen dazu quasi eure Unterstützung Und wenn ihr da Bock drauf habt Dann könnt ihr euch, oder wenn ihr das Spiel auch schon zockt Oder falls auch nicht, ist auch nicht ganz so schlimm Ihr könnt euch noch das Spiel dann jetzt runterladen und ein bisschen zocken Royal Revolt 2 heißt es, wie gesagt Allerdings werden wir auf jeden Fall eure Unterstützung brauchen Damit wir das Projekt gut durchführen können Es wird ein paar Gildenkämpfe geben Oder Allianzkämpfe, ich weiß nicht genau, wie das Wort dafür hier ist Wir müssen das alles noch gründen Es wird jetzt die Tage noch ein Update kommen Deswegen müssen wir dann erst nochmal schauen, wie es läuft Und wenn man dann quasi jetzt hier hinten ankommt Hat man quasi mehr oder weniger gewonnen Wenn man diese Burg quasi noch zerstört Wo ihr hier rechts quasi den Lebensbalken sieht Ich kann natürlich auch die neuen Kollegen dazu rufen Das habe ich jetzt gerade ganz vergessen Vor lauter Gelaber, Gelaber, Gelaber Die kommen jetzt, ich bin jetzt ein bisschen angehittet Ich werde manchmal ein bisschen rumlaufen Damit ich mich ein wenig erholen kann Sonst hat er sich erholt, diesmal macht er das glaube ich nicht Meine neuen Kollegen, da brauchen wir natürlich noch ein bisschen Ich dresche mal so langsam jetzt noch auf die Burg ein Dann kriegen wir noch ein bisschen Gold Da kommen sie schon, ihr seht, sie sind noch mitten auf dem Weg Wir müssen natürlich jetzt erstmal alles nachholen Aber gut, das war jetzt gar nicht mal so schlimm Im Endeffekt, ich wollte euch ja nur zeigen Quasi worum es im Ungefähren geht Und euch sagen, dass wir dazu eure Hilfe benötigen werden Alles weitere kommt dann im offiziellen Startvideo Das ist jetzt wie gesagt nur eine kleine Ankündigung Damit ihr schon mal Bescheid wisst Dass die Leute, die Royal Revolts zocken von euch demnächst Vielleicht mal bei uns ins Boot ins Rad packen können Und uns ein bisschen helfen können Mehr wollte ich auch gar nicht loswerden Bis dahin, haut rein und tschüss